Rudolf Planck befand sich im vergangenen Jahr am Nachmittag des 11. August auf einem Spaziergang in einem oberpfälzischen Revier. Zu dieser Jahreszeit ist in dieser Region die Rehbrunft auf ihrem Höhepunkt. Planck war noch nicht allzu lange unterwegs, als er aus größerer Distanz auf zwei mehrjährige Rehböcke aufmerksam wurde. Da die Böcke sehr heftig miteinander kämpften, konnte er sich ihnen bis auf wenige Meter nähern und sie kurz filmen. Die Böcke hatten sich bei dem Kampf mit ihren Gehirnen derart ineinander verhakt, dass sie nicht mehr auseinander kamen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017